HeimatSounds ist ein interkulturelles, bildungspolitisches Musikprojekt und wir treffen uns einmal in der Woche hier im Waschhaus und musizieren zusammen. Wir kommen aus ganz verschiedenen Ländern, aus Syrien, aus Deutschland natürlich auch, aus Ägypten, Ukraine, Eritrea, Griechenland, Marokko. Das Besondere dieses Jahr ist, dass wir nicht nur die Lieder, die HeimatSounds, sondern auch die Geschichten der einzelnen Personen, dass wir den expliziten Platz einräumen im Projekt, also HeimatSounds und HeimatGeschichten.